Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder eine frisch gepresste Folge. Heute auch zum Thema Global Airlines A380, zweiter Jungfernflug. Dann habe ich heute einen interessanten Call gehabt mit einem Kollegen, der Probleme bei der Sicherheitskontrolle hatte. Da hatte ich mir mal Gedanken zu gemacht, was bei der Sicherheitskontrolle an Sorgen, Ängsten und Nöten auftreten können und wie ihr die Kontrolle beschleunigen könnt. Er hatte Probleme mit Kaffeebohnen. Dann habe ich einen Artikel passen gefunden, dass jemand durch die Sicherheitskontrolle einen Vape, also quasi so eine Nuckelzigarette bringen wollte, in der Zahnpassertube versteckt. Das muss natürlich ins Auge gehen. Auch haben wir ein Thema Status Match zu Air France KLM, sogar bis Platin-Status. Wir wollen aber Geld dafür sehen und man muss irgendwo wohnen, auf einer Insel, nur so als Stichwort. Aber auch hier gibt es Lösungen. Habe ich was vergessen? Ja, Lufthansa soll schneller machen, sagt Werdi. Das sind jetzt meine Worte. Ihr wisst ja an dieser Stelle, wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, kommentieren und so weiter und so fort. Also das gesamte Spiel machen. Und Kanalmitgliedschaft. Da können wir auch direkt schon ins erste Thema einsteigen heute. Und zwar das erste Thema ist Global Airlines. Und da ist es so, dass die Global Airlines, ich tippe gerade noch die Zeit schnell, da haben wir es, ihren ersten 380er Flott macht. Der hat auch schon Flüge gemacht. Und zwar ist das so, dass diese Maschine ja in Kalifornien eingemottet ist. Victorville, glaube ich, war es. Und das ist ein 380er von China Saussan, die ja ihre Flotte 2022 stillgelegt hat. Fünf Stück, glaube ich, hatten sie. Und das ist die Produktionsnummer MSN 120. Und die ist jetzt wieder Flüge geworden. Man will dem Flieger auch eine neue Livery oder Livery geben. Und diese Thai-Flotte von fünf Flugzeugen hatten die Nummer B6140 als Registrierung. Und man hatte diese in Toulouse aus der Werkshalle gerollt 2012 und ist dann 2013 in Dienst gegangen in China, in Guangzhou. Also auf jeden Fall ist es so, dass die Leute, die sagen, ja, Global Airlines funktioniert nicht, zumindest die knallt dran, was wir machen. Also der Flieger hat seine Testflüge gemacht. Und gut, man braucht kein eigenes Zertifikat, weil man das ja über Highfly macht. Highfly hat auch Techniker in die Wüste geschickt und die fanden das auch ganz toll. Interessant ist auch die Kennung. Das Flugzeug hat jetzt die Kennung auch vom Malta 9H, also 9H, und dann Global, also Golf, Lima, Oscar, Bravo, Lima. Also da auch viel Spaß und viel Freude. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ich bin mal gespannt, was noch passiert und ob man da vielleicht irgendwann wirklich von denen ein Flugzeug sieht, weil man im Moment sagt, Waage 2024 soll es losgehen. Also da ist jemand wirklich bereit, richtig Geld ins Feuer zu werfen und hofft, damit dann reich zu werden. Also ich bin da mal gespannt, ob die Konstruktion so funktioniert, weil Highfly hat ja schon mal gesagt, sie machen es, haben es dann aber aufgegeben. Man will im Charter-Bereich anfangs was machen, bevor man in die Linie geht. Und ich bin da gespannt auf eure warmen Worte und was ihr davon haltet. Und ob das leider eine der vielen, ja soll ich sagen, Totgeburten ist bei Fluggesellschaften. Das wird die Zeit zeigen. Das Thema Ryanair und Airbus ist ja auch irgendwie schwierig, weil man da ja nicht bei Airbus was machen will. Die einzigen Maschinen, die man auch hat, sind die Lauder Air. Man möchte was bei Boeing werden, aber Boeing, da hat Michael O'Leary zwar letztens gesagt, man ist alles tippitoppi, aber jetzt ist es so, dass er sagt, es geht da alles drunter und drüber. Ich hätte es fast gesagt, wie bei Labchinskis. Ich kenne die Labchinskis nicht persönlich, aber das muss da wohl ganz schlimm zu gehen, denn man hatte denen ja Flugzeuge versprochen und Michael O'Leary rechnet im Sommer nur noch mit bis zu 20 Flugzeugen. Und das wäre natürlich wie ein Drama, denn auch wenn in seinen Augen die Kritik an der 737 MAX überzogen ist und alles zu viel Drama ist, ist er halt jetzt genervt von den ständigen Versprechen. Warum? Weil er ja eigentlich davon ausgegangen ist mit der Lieferzusage, dass man bis Ende Juni 50 Flugzeuge aus der MAX-Serie hat, ist natürlich ein leichter Unterschied. Und wenn diese Flugzeuge nicht kommen, muss man vielleicht den Flugplan zusammenstreichen und da ist er dann also quasi jetzt etwas angepisst. Und ja, wer ihn kennt, weiß ja, dass er dann um keinen Spruch verlegen ist. Und ich sage mal so, man hat ihm auch versprochen, dass dieser Türvorfall, also der Türstopfen, wenn er jetzt sagt, das war wohl Türstopfen, nein, nein, man hat ihm das trotzdem noch zugesagt, dass das trotzdem funktioniert. Und das wäre eingepreist, weil vorher sollte das ja sogar noch mal noch mehr Flugzeuge sein, glaube ich 70 oder sowas. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man nur noch mit 30 bis 40 Auslieferungen bis Sommer rechnen kann. Sagt Olli Redi, die neue Richtschnur werde Kürzungen im Flugplan dann nach sich ziehen, logischerweise. Lufthansa hatte ich auch erwähnt und er wollte damit halt auch dem entgegenwirken, weil, wie wiss er, oder aber Lufthansa 20% schlechter produzieren können, obwohl Lufthansa, wie wir ja wissen, mit Air Baltic zum Beispiel ab München vier Flieger einsetzt, 220er, wollte er diese Lücke ein bisschen füllen. Und deshalb schmerzt es halt wirklich, dass man die 57 Auslieferungen, waren es nicht 70, die 57 Auslieferungen, die eigentlich geplant waren, dann nur so 20 sind, vielleicht so 30, also man weiß es jetzt gar nicht mehr, ist es so, dass er sich da eine goldene Nase in seinen Augen verdienen würde. Aber es wird in 2024 trotzdem die Ticketpreise nach oben ziehen, weil natürlich weniger Flugzeuge heißt also auch weniger Sitze. Weniger Sitze heißt bei der Nachfrage mehr Knete. Und bei Boeing ist es halt so, dass man da halt jetzt Konsequenzen gezogen hat, ihr wisst das ja, aber hilft halt Ryanair nichts. Für mich persönlich ist es eh Wumpe, ich würde Ryanair nicht fliegen. Vielleicht mal mit Mario zusammen auszuprobieren, aber ich weiß nicht, ob ich da ein painfules Self-Experiment machen würde mit dem Thema. Wir haben dann natürlich die Lufthansa, die ich eben schon erwähnt hatte, die haben von der Verdi, ist das eine rote Karte, die man von Verdi kriegt, wenn die einem sagen, man soll schneller arbeiten, oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, das ist Folklore und das nehmen wir dann einfach mal so hin. Denn die Verdi sagt ganz einfach, dass man ein Angebot für seine 25.000 Jünger haben sollte, weil das sind ja die Lufthansa Bodenbediensteten. Und man möchte halt das Ganze beschleunigen, zumal man ja auch zwei Warnstreiks hatte und mahnt die Lufthansa da halt an, das nicht weiter auf die lange Bank zu schieben. Und Lufthansa hatte natürlich das Angebot leicht verbessert, hatte da ja auch eine längere Laufzeit, 13, 14. Monat, Quatsch, glaube ich, von zwei Monaten genau auf 14 Monate sollte das dann gehen, oder 18 Monate. Und auf jeden Fall ist das nächste Treffen dort auch Mitte März geplant, was jetzt nicht unbedingt so schnell ist, aber geht halt jetzt nicht schneller. Und er sagt jetzt hier, der Kollege Marvin Rischinski, das ist der von der Werde, der verantwortlich ist, nach vier Verhandlungen und unzähligen Gesprächen, weiß das Unternehmen, was nötig ist, um zu schnellen, erfolgreichen Bedingungen und seinen Tarifvertrag zu bekommen. Der Ball liegt jetzt im Feld der Lufthansa, um weitere Arbeitskämpfe zu vermeiden. Also Lufthansa, wenn Verdi sagt, ihr sollt schneller machen, dann macht schneller. Hoffentlich hat der Vorstand da auch genug Rückendeckung, dass das was gebracht hat. Ich hatte ja eben auch schon im Vorspann gesagt, dass ich heute ein interessantes Gespräch hatte, und zwar war das interessante Gespräch zum Thema TSA, beziehungsweise Security. TSA deshalb, weil ich gleich einen Fall von der TSA bringe. Aber zum Gespräch, ich kann nicht so viel sagen, dass wir jetzt da dem Kollegen den Horn Circle Status auch dieses Jahr erfliegen helfen, mit Frequent General Circle im Concierge Package. Aber er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, das ist der Grund, warum er in die FCT möchte, bei der Security. Und er hatte Probleme mit Kaffee. Ja, natürlich hast du mit Kaffee, das ist jetzt einer von den sechs Sachen, die ich erzählen werde, die ich mir aufgeschrieben habe. Natürlich hat man mit Kaffee Probleme. Und jetzt sagt er, wieso mit Kaffeebohnen? Hat man Probleme ganz einfach. Deshalb, weil Kaffee wird benutzt, um zum Beispiel mit dem Geruch vom Kaffee Drogen oder sowas Gerüche zu verschleiern oder andere illegale Sachen. Und da ist man dann natürlich relativ unentspannt. Logisch. Oder aber auch dann bei Flüssigkeiten. Ihr kennt ja die Flüssigkeitsregelung. Wenn ihr natürlich wie ich in Helsinki das Glück habt, einzusteigen, da könnt ihr bis zu zwei Liter mitnehmen und dann auch nicht in 100 abgespannt packt, sondern das geht da einfach durch, weil die diese CT-Scanner haben. Und da ist es dann halt in Ordnung, wenn man mehr Flüssigkeiten bringt, weil die gescannt werden können. Aber ansonsten ist halt wirklich diese 3-1-1-Rule im Englischen. Das heißt also 3.4 ounces in one bag, that is one quart size. Also im Prinzip andersrum formuliert. Im Deutschen 10 mal 100 ml, maximal ein Liter. So viel soll der Beutel fassen. Das hat natürlich auch Sachen wie Nutella. Dürft ihr auch nicht mitnehmen. Senf. Also das darf man alles nicht mitnehmen. Das ist dann natürlich auch blöd. Also da müsst ihr aufpassen. Kennt ihr das alte Spiel. Dann natürlich Sextoys und solche Sachen. Ja, das gibt es dann immer wieder, die man dort durchbringen möchte. Das kann auch zu Problemen führen. Nur so als Hinweis. Man kann da auch ein eigenes Kapitel draus machen. Und zwar, wenn man jetzt auf diese Themen geht, wie man das dann durchbekommt, dann ist es so, dass man dort halt wirklich das Ganze in den Beutel reintun sollte. Oder aber auch dann guckt, dass das nicht angeht. Nur so als Hinweis. Weil wenn da was macht oder sowas, das ist dann halt immer auch verdächtig. Kann auch weniger beschleunigen. Auch wenn ihr zum Beispiel Medikamente habt oder sowas, dann sagt es einfach, dass ihr die habt. Weil die müssen auch raus, genau wie die Flüssigkeit. Die können allerdings zusätzlich mitgenommen werden. Das kann dann auch immer zu Verwirrung führen. Ich zum Beispiel gestern. Ich kann euch nicht sagen, ich habe alle meine drei Taschen, die ich hatte, also im Prinzip, oder drei Taschen, ich hatte ja nur zwei oder 1,5 Taschen, eine kleine Tasche, in dem Korb. Und in dem Korb ist es halt so gewesen, dass alle drei Körbe rausgegangen sind. Warum, kann ich euch nicht sagen. Manchmal gibt es auch Random Checks. Also das kann man dann nicht vermeiden. Und auch wenn ihr Geschenke mitnehmt, die verpackt sind, das hatte ich bei einem Nachbarn gesehen, der musste es auspacken. Auch es hatte auch der Protest nicht geholfen. Ich habe nicht gesehen, was es war, dass das ein Geschenk ist. Und er musste auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, die Box aufmachen, wo es drin war. War natürlich doof, wenn es versiegelt ist. Aber auch solche Sachen können Probleme bereiten. Dann natürlich auch Geld. Weil wenn ihr zu viel Geld mit drin habt, wird der Zoll gerufen. Weil ihr müsst ja innerhalb Europas 10.000 Euro, glaube ich, melden. Habe ich Gott sei Dank kein Problem mit, weil ich diese Menge an Geld nicht mit mir rumschleppe. Das sind solche Sachen. Leider kenne ich keine App in Deutschland, die einem da hilft. Aber es gibt eine TSA-App, das weiß ich. Diese TSA-App, die kann einem auch Fragen beantworten, ob man so etwas mitnehmen darf oder nicht. Eine Ausnahme, die mir nochmal einfällt, die hatte ich ja auch mal irgendwann in der Sendung erwähnt, war diese Pesto, glaube ich, Mailand oder sowas. Da konnte man gegen einen Obolus oder Polonaise irgendwas mitnehmen, was in einer größeren Portion war. Und das wurde dann separat gescannt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Man nimmt das Geld deshalb, damit jeder damit rumläuft. Also insofern, das ist ja mal eine interessante Sache. Und hier könnt ihr dann auch nochmal die Frage des Tages beantworten, die ich euch gestellt habe. Wie sind eure Erfahrungen bei der Sicherheitskontrolle? Gab es bei euch auch mal Probleme oder habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte, die ihr mitteilen wollt? Da bin ich immer gespannt, was ihr unten kommentiert. Und ich gebe euch jetzt mal ein Bild. Und zwar das Bild, wo haben wir es hier? Wo habe ich das Bild denn jetzt? Er hat, da ist es doch, hier ist mein Fenster verrutscht, da ist es. Da seht ihr es. Ne, das kann man gar nicht, kann man gar nicht. Da seht ihr unten einen Vape-Stift. Also dieser Vape-Stift war in dieser Pastatube. Das ist, glaube ich, die Flüssigkeit oder sowas. Das ist ja eigentlich ein Artikel, der problemlos mitgenommen werden darf. Aber der Kollege hat halt wirklich da das Ganze, ja, ich nenne es jetzt einfach mal verkackt. Weil er hat das in diesem Vape-Ding, hat er das in so einer Plastikfolie in der Zahnpasta, ja, in dieser Tube reingebracht. Und jetzt gebe ich euch nochmal ein Bild. Warte, ich muss mal kurz gucken, ob das funktioniert. Er will es mir nicht geben, das ist von Insta. Ja, ich gebe euch das mal, warte, ich gebe euch das mal so, dann habt ihr das auch. Ist das jetzt, ne, er will es nicht. Er will es nicht machen. Ah, da warte, jetzt haben wir es hier. Ah ja, ne. Müssen wir das Fenster einmal schließen, damit ihr das größer seht. Er ist bockig mit mir schließen, Klaus. So, da habt ihr es jetzt. Und zwar hier seht ihr es auch, so war das dann eingepackt in der Geschichte. Ich kann mal gucken, ob das nochmal größer geht. Da haben wir es, irgendwie ist er heute mit mir nicht so lieb, der Computer. So, zack, da. Da seht ihr das jetzt mal, also sowas eingepackt. Und interessanterweise muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ich verstehe es nicht, wenn Leute so etwas einpacken, inwiefern die da auf die Idee kommen, etwas, was legal ist, da in irgendeiner Art und Weise zu verstecken. Und gerade wenn man es versteckt, dann macht man es ja wirklich uninteressant. Ich glaube, ich habe einmal aufs Mikrofon gehauen. Sorry, mea culpa. Aber wie gesagt, wenn man das versteckt, macht man es halt wesentlich interessanter für die Kollegen bei der Kontrolle. Und das muss ja jetzt ehrlicherweise nicht sein. Und da muss man ja dann sagen, bist du selber schuld. Leider hat der Kollege auch keinen Grund genannt, warum er das da reingetan hat. Vielleicht habt ihr ja einen Grund und könnt das auch nochmal irgendwo unten schreiben und sagen. Und dann können wir mal gucken, was da der wirkliche Grund war. Ich bin da mal gespannt auf eure Aussagen. Also mir fällt nichts ein auf Flüssigkeit. Wie viel kannst du rauchen, dass du da vielleicht einen 5-Liter-Kanister mitnehmen musst? Ich kann, also ich, aber daran seht ihr, das war ja auch bei einem Stammtisch, den wir in Frankfurt hatten. Da war ja der, wie hieß der Kollege nochmal, von der Frasek, der gesagt hatte, dass, Winfried Hartmann, der hatte eine Machete hinten auf den Rücken geklebt. Ich sage es immer wieder. Und ist dann durch die Sicherheitskontrolle gegangen und meinte dann so, ja, er wollte mal testen, ob das funktioniert. Ja gut, das Ding ist verboten. Aber ein Vape ist nicht verboten. Oder gibt es da eine Limitierung? Vielleicht seid ihr ja Raucher und ihr könnt es mir erklären. Ihr kommentiert einfach unten das Ganze nochmal und dann können wir das Ganze auch nochmal persönlich besprechen und können dann schauen, inwieweit wir da eine Lösung finden für diese Frage des Tages. Und jetzt nochmal ein kleines Schmankerl. Normalerweise gibt es das nur an unseren Mittwochs-Sendungen, heißt also Meilenmittwoch. Und zwar gibt es jetzt ein Statusmatch von KLM und zwar, das ist eine bezahlte Statusmatch-Funktion. Also das heißt, ihr müsst für den Statusmatch bezahlen bis zum Platin-Level. Kostet 399 Euro im Platin, 199 für Gold, 79 für Silber. Ist leider nur targetet für Leute, die in England leben, aber man kann ja in England eine Adresse bekommen und man müsste diese eventuell auch nachweisen, heißt also mit einem englischen Pass. Also wenn ihr einen englischen Pass habt und vielleicht nicht in England wohnt, dann könnt ihr es trotzdem machen. Oder einen Führerschein, das würde auch gehen. Also auf jeden Fall, Silber kann man ja ehrlicherweise sagen, da passiert nicht viel. Wenn man dann aber jetzt guckt, ist es so, dass man von der KLM da wirklich Leute adressieren möchte von anderen Fluggesellschaften. Da gibt es von Air Lingus, Air Canada, American Airlines, British Airways, Emirates, Iberia, selbst Lufthansa kann man bekommen, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Scandinavian Airlines und so weiter und Ford United diesen Statusmatch. und ich denke mal, dass es interessant ist für den einen oder anderen das zu machen und Delta ist leider nicht dabei. Aber warum? Weil es natürlich in der Dings mit drin ist, in der Sky Team. Einfach nur ein Match, den man machen kann. Man zahlt es und für den Preis würde ich direkt mitmachen, was man da machen kann. Und was denkt ihr dazu? Also, jetzt sind wir mit der heutigen Sendung auch schon wieder vorbei. Fast 20 Minuten. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Ich versuche weniger am Kanal, hier am Dings zu wackeln. Und dafür gibt es jetzt den Abspann. Also, bis morgen in alterne Frische und Abspann. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier ist er. Bis dann. Ciao. Ciao.